Hallöchen liebe Freunde und willkommen zurück zu einer kleinen Folge von Minecraft. Heute arbeiten wir bei Tuxedo und ich soll bei ihm einfach nur hier diesen karierten Boden wegmachen. Das ist keine schwierige Arbeit. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht 15 Minuten dauern wird, 10 Minuten. Ich meine, die Fläche so an sich ist nicht ganz groß. Was? Achso, ja, okay. 443 SD. Ja, für die paar Minuten Arbeit ist es auch nicht wirklich viel. Ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel ich bei ISO bekomme. Da ist diese kleine Aufgabe doch gut bezahlt. So. Es geht auf jeden Fall recht schnell. Und wir sind auch schon mit der ersten Hälfte gleich fertig. Auf jeden Fall schönes Muster hat er sich hier gemacht. Gefällt mir ganz gut. Sandstein und dann diese normalen Stufen. Hat er sehr schön gemacht. So. Ja, aber da ich ja eine Stadt kaufen möchte, beziehungsweise bei einer Versteigerung für eine Stadt mitmachen möchte, muss ich natürlich viel Geld haben. Insgesamt brauche ich mindestens 200.000 und das soll doch bitte eine stolze Summe sein. Und ja, um da ranzukommen, muss ich halt ordentlich sparen. Und da fragt der Mirko mich schon wieder, ob ich Skype komme. Ja, ich habe halt nicht gesagt, dass ich gerade eine Folge kurz aufnehme. Das war jetzt so rein spontan. Aber naja. Die zwei, drei Minütchen kann er kurz warten. Okay, er hat jetzt einen Skin. Ich bin mal gespannt. Müssen wir ihn gleich mal besuchen gehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und so, die Hälfte haben wir gleich schon weg. Ja, wir befinden uns übrigens gerade in Stadt 1. Das hier ist die Stadt von Smoky, soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, die Stadt Nummer 1, Edelsteinstadt. Ist glaube ich, also sie soll teuer sein. Smoky, du darfst mich hier an dieser Stelle korrigieren, falls es nicht ganz so stimmt. Aber naja. So, jetzt haben wir schon die erste Hälfte gleich weg. Ich muss auch immer schön gucken, dass ich auch ja alles aufhebe. Aber ich denke, das sieht bis jetzt ganz gut aus. So, und zack haben wir die erste Hälfte schon fertig. Ja, Platz haben wir noch im Inventar. Machen wir mal die Hälfte hier weg. Na komm. Bis zur Lücke. Ja, ist es ja nicht so weit. Ja, und ich habe übrigens einen neuen Job angenommen bei Keks. Und zwar die zweite Hälfte der Stadt da zu machen. Er möchte noch eine zweite Hälfte so plantiert haben. Also alles gerade gemacht und so. Und ja, ich bekomme halt ein Grundstück und noch 1,75 K. Das war dann doch ziemlich ein schönes Angebot, was ich dann unbedingt annehmen musste. Denn ein bisschen Geld brauche auch ich. Denn wenn ich bei so einer Versteigerung mitmachen möchte, kostet mich das locker mindestens 200.000. Und die letzte Stadt, die ging weg für 215.000. Also könnt ihr euch mal ungefähr ausmalen, was ich da zusammensparen muss. Das wird schon ein ordentliches Stück Arbeit. Aber ich, echt, ich freue mich so sehr, wenn das klappt. Ich bin mal sehr gespannt. Aber das ist natürlich noch ein harter Weg bis dahin. Ich muss noch viel Geld zusammensparen. Und ja. Und ich sehe, da hinten habe ich noch ein paar Stufen liegen gelassen. Wir wollen ja nicht, dass der Tuxedo hier böse wird. Wir wollen ja unsere Arbeit schnell und gut machen. So. Supi. Jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft. Und die Hacke lebt auch noch. Nanu? Da wurden wir zurückgeportet. Was war das denn? Hä? Na gut, okay. Gehen wir mal hier durch die Mitte. Ja. Liegt vielleicht daran, dass ich gerade noch am Rendern bin. Das ist natürlich... Wow. Oh, da müssen wir aber aufpassen. Wie gut, dass wir die Mitte schon fertig haben. Oh, da haben wir irgendwas hängen. Da habe ich einen Bug. So. Ja, wie gesagt, ich bin gerade am Rendern. Die Staffel Nummer 4 von The Walking Dead. Und extra in Full HD. Und das dauert natürlich immer so ein bisschen. Aber das bleibt natürlich nicht aus. Und ja. Ich habe heute übrigens ein sehr schönes Spiel angefangen zu spielen. Killing Floor heißt das. Oder Killing Floor. Irgendwie sowas. Und ich bin am überlegen, ob ich davon ein Let's Play machen soll. Das ist so ein Zombie-Shooter-Spiel und so. Und ich fand das echt richtig toll. Ich musste mich quasi selber dazu zwingen, das Spiel zu pausieren und hier in Minecraft onzugehen. So, wir sind fertig. Jetzt hat der nette Tuxedo hier so viel Kuchen aufgestellt und wir haben nichts gegessen. Das ist natürlich doof, ne? So. Unser Job ist erledigt. Und er ist Afka. Wie ist er denn da hochgekommen? Bestimmt hier so gehüpft. Hoch. Okay, machen wir nochmal. Dann gehen wir hier hoch. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wir waren fleißig. Und schnell, muss ich sagen. Gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr fleißig mitgeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, bei einem Quest-Part, bei einem Event oder vielleicht auch bei einer kleinen Schuftentour. Man weiß nicht. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. ísimo SchlussEN metre. Dann gehen wir das die Quizze.